Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Lucky Bricks. Heute haben wir uns mal etwas ganz besonderes für euch ausgedacht. Wir wollen einen Blick in die Vergangenheit wagen und mit der Gegenwart vergleichen. Ich habe euch heute mitgebracht die 75357, die aktuelle Ghost-Owned Phantom 2 von LEGO Star Wars und auch die 75053, die alte Ghost, plus die 75048, die alte Phantom. Ja, die beiden Sets waren damals getrennt. Die gab es nicht zusammen in einem Paket. Ihr musstet die Ghost und die Phantom getrennt kaufen, um ein komplettes Set zu haben. Sowas macht LEGO heute gar nicht mehr und dazu werde ich gleich was sagen, wie ich das so finde, ob ich das gut finde, wie es damals war oder ob ich es besser finde, wie es heute so ist. Wir schauen uns jetzt gleich einmal die Verpackung von den beiden Sachen an. Wir schauen uns die Anleitung mal ganz grob an. Also im Vergleich einfach nur mal, wie dick die jetzt sind, wie dick die damals waren. Und dann vergleiche ich einmal mit euch hier diese beiden Schiffchen auch anhand des Preises. Das finde ich übrigens sehr interessant und sehr spannend. Und natürlich gucken wir uns auch die Minifiguren an. Könnt ihr mich noch sehen? Hier sind die Verpackungen. Auf die werfen wir zunächst einen Blick, bevor ich dann zu den Preisen gleich kommen werde, die wirklich extrem spannend sind. Also die Verpackung. Einmal die neue Ghost, einmal die alte Ghost. Das Design ist natürlich ein anderes. Klar, die Verpackungsart auch. Hier haben wir so eine längliche, hier haben wir so eine hochkantigere. Ehrlicherweise muss ich sagen, hier in dem Ding war mehr Luft drin, als hier in dem Ding am Ende des Tages. Ja, es sind auch weniger Teile in der Ghost-Only Phantom, als in der neuen Ghost. Den Vergleich sieht ihr auch gleich. Und so sehen die beiden Boxen jetzt aus. Ja, mir gefallen sie beide. Von hinten so. Hier ist hinten ein bisschen mehr los als bei dem. Und ihr seht hier oben noch, dass ich die beiden Sets da verbinden kann. Beide brauche, um ein komplettes Set dann zu haben. Und um ein komplettes Set zu haben, brauche ich auch noch dieses hier. Die Phantom. Die gibt es extra. Die gehört dazu. Und dann haben wir hier das komplett. So viel also zu den Verpackungen, die mir den ganzen Platz hier rauben und deswegen auch wieder vom Tisch verschwinden müssen. Blick in die Anleitungen. Also Sticker waren bei der alten auch dabei, sind bei der neuen auch. Bei der alten sind sie schon aufgeklebt. Das Set war gebraucht. Und hier sind die der neuen. Das ist eine ganze Tapete tatsächlich, aber bei Spielsets finde ich es okay. So die Anleitung. Hier haben wir die Phantom. Kleines Heftchen. Das nehme ich mal jetzt außen vor. Und wir haben, ich hoffe ich kann euch das so ein bisschen darstellen, neue Anleitungen, alte Anleitungen. Ob man das sehen kann, weiß ich nicht. Ich habe die Seiten mal mir angeschaut. Wir haben bei der neuen ungefähr doppelt so viele Seiten wie in den alten. Es waren zwei Hälfte bei der alten. Insgesamt aber trotzdem ungefähr die Hälfte an Seiten weniger als hier. Der Bau ist entweder kleinteiliger geworden oder es sind mehr Schritte pro Seite. So richtig sicher bin ich mir da gar nicht gewesen. Es sind auch weniger Teile in der hier, muss man auch sagen. Gefühlt sind es heute aber trotzdem deutlich und auch sichtbar deutlich mehr Seiten für die Lego-Sets. So, ob man das mag oder nicht, sei mal hingestellt. Das betrachte ich erstmal ganz neutral. So, dann gucken wir uns mal die Fakten zu den beiden Sets an. Interessant. Die neue Ghost hat einen Preis von 169,99€ bei 1394 Teilen. Ihr seht es jetzt hier eingeblendet. Die alte Ghost plus die Phantom, ich habe das jetzt addiert, weil es zusammen ein Set ist. Hier ist die Phantom 2 auch schon dabei. Ich habe das jetzt zusammengepackt. Die alte Ghost plus die Phantom bestand aus 1163 Teilen bei 129,98€ UVP. Die Ghost an sich 99,99€ und die Phantom 29,99€. Das interessanteste ist, dass der Teilepreis gar nicht so weit auseinander liegt. Wir haben hier 12,19€ bei der neuen und 11,18€ bei der alten Ghost zusammen mit der Phantom 2. Also nur 1 Cent Unterschied pro Teil, wenn man sich nur das auch nicht anschauen würde. Die Ghost an sich liegt bei 11,00€ noch was und die Phantom bei 12,00€ noch was. Zusammen sind wir hier bei 11,18€. Aber der Teilepreis ist eben nur die halbe Wahrheit und nie wurde es so deutlicher wie jetzt hier in diesem Fall, in diesem direkten schönen Vergleich, wo der Teilepreis so sehr nah beieinander ist. Denn die Teile wiegen natürlich anders, abhängig von der Größe. Habe ich mehr größere Teile, habe ich irgendwo ein anderes Gewicht nachher, als wenn ich mehr kleinere Teile habe. So, Fakt ist, die neue Ghost wiegt 1095g und die alte Ghost mit der Phantom zusammen wiegt 1104g. Und das macht jetzt einen großen Unterschied. 15,52€ pro 100g zu 11,77€ pro 100g. Das sind knapp 4€ pro 100g hier an Preisunterschied. Wenn wir uns jetzt aber, also ich habe es nicht ausgerechnet im Detail, wenn wir uns jetzt aber die Preissteigerungen in allen Branchen, in allen Bereichen anschauen und generell uns Preissteigerungen anschauen, die über die Jahre sich immer entwickeln. Es ist scheinbar ein natürlicher Prozess, es ist Naturgesetz, Preise steigern sich, Preise erhöhen sich, es hängt im Kapitalismus wohl irgendwie alles zusammen, wir können sich ändern. Dann finde ich den Preis von der neuen Ghost gar nicht so massiv teuer, wie ich es im ersten Moment dachte. Ja und da habe ich mich auch erwischt, wo ich sage, ok krass, also so viel teurer scheint Lego gar nicht zu sein im Vergleich zu früher. So, jetzt habe ich hier nur ein Set im Vergleich. Das kann bei anderen ganz anders aussehen und wir haben eine Preissteigerung, aber das haben wir halt in jeder Branche. Und mich hat das zum Nachdenken angeregt und ich werde auch noch weiter darüber nachdenken und werde mal für mich erörtern, was das eigentlich bedeuten könnte. Auf jeden Fall haben wir eine Preissteigerung, aber sie ist nicht so krass, wie ich es erwartet hätte. Das sind immerhin fast zehn Jahre Unterschied, das muss man sich vorstellen, das sind fast zehn Jahre Unterschied. Gut, haben wir das Preisthema einmal durchgekaut und jetzt gucken wir uns die beiden Sets einmal an. Wollt ihr vorher die Figuren sehen? Ihr wollt bestimmt die Figuren sehen, oder? Die gucken wir uns jetzt ganz schnell einmal an, denn die sind wirklich toll. Ich liebe Star Wars Figuren und das ist meine große Schwäche. In den neuen Ghost haben wir den First Officer Hawkins hier am Start. Wir haben Lieutenant Bater, Hera Syndulla, Jason Syndulla und den Chopper. Der kam bisher in der Serie nur einmal vor. Der kam noch gar nicht vor. Interessante Figuren, also von daher. In der alten Ghost hatten wir eine Figur mehr, nur gut, es sind auch zwei Sets. Wir haben wieder Hera Syndulla, wir haben Sepp mit dabei, wir haben Kanan am Start, einen Stormtrooper und natürlich der legendäre Ezra Bridger ist hier mit dabei und auch Chopper. Chopper ist hier dunkler bedruckt, Dark Orange. Im neuen ist er ein bisschen heller bedruckt und jo. Also die Figuren, finde ich, nehmen sich nicht. Die sind alle cool, die sind alle super, die gefallen mir alle ziemlich gut. Problem hier bei Jason ist in meinen Augen, dass die Hafer aber einfach nicht passt. Der hat Haare mit Grünstich. Hat er hier leider überhaupt nicht. So, jetzt ist der Fokus auch da. Hat er hier leider überhaupt nicht. Die Bedruckungsarten, Bedruckungsweisen sind alle identisch sozusagen. Die haben Oberkörper bedruckt, die haben Unterbeine bedruckt. Von hinten sind die Beine nicht bedruckt, die Oberkörper ja und Armdrucke haben wir auch bei keiner Figur hier mit am Start. Besser heute ist bei Chopper. Der ist heute im neuen Set von hinten auch bedruckt. Der alte war von hinten nicht bedruckt. Also haben sich die Drucke von der Anzahl und von der Menge her nicht verschlechtert. Es sind sogar bei dem Chopper mehr geworden. Naja, aber es hält sich die Waage. Das passt so. Lego-Druckqualität finde ich auch nichts Auffälliges. Hat noch damals schon das Problem, dass er nicht weiß auf dem Torhose drucken konnte. Das sieht man hier bei Ezra. Ich glaube, dass diese Ränder hier von seiner Jacke eigentlich weiß sein sollten. Die sind aber eher so ein bisschen gräulich, weil der Torhose unten drunter halt in diesem dunklen Ton ist. Naja, weiß drucken kann Lego nicht. Schade. Aber es ist nicht schlechter geworden zu heute. Es ist tatsächlich damals schon so gewesen. Und die große Frage ist ja, wie haben wir damals alle Lego betrachtet? Und ich komme wirklich ins Nachdenken, wie ich das heute alles so einordne manchmal. Naja, okay. Das sind also die Minifiguren gewesen. Also wer die beide hat, hat einen Haufen geiler Minifiguren. Ein paar Doppelte, aber die sehen natürlich ein bisschen anders aus. Und ich muss sagen, die neuen sind ein Tick moderner. Aber es nimmt sich eigentlich wirklich nicht viel. So, zu den Schiffen. Und ich weiß, da werden sich die Geister scheiden. Und bitte seid lieb in den Kommentaren. Ja, ja. Wichtig. Ich finde, beide Schiffe haben ihre Daseinsberechtigung. Mir gefallen beide sehr gut. Und Obacht, die neue hat mir vom Bau viel mehr Spaß gemacht als die alte. Ich habe sie beide selber gebaut. Die fand ich so ein bisschen altenmodisch. Die Bautechniken waren so ein bisschen, na nicht kompliziert, aber die waren für mich so ein bisschen unlogisch hier und da. Das war für mich mehr Flow. Weil ich bin es auch gewohnt, neues Lego zu bauen und nicht das alte. Deswegen mag das dadurch beeinflusst sein. Mir hat der Bau von der neuen mehr Spaß gemacht, weil es auf mich moderner gewirkt hat. Die hat ein paar mehr Gimmicks, so ein paar Kleinigkeiten. Die gefällt mir optisch besser, weil sie ein paar mehr Details hat. Wie zum Beispiel, ihr seht es hier vorne gleich. Das Ding ist hier einfach offen und die neue ist hier zu. Und zu ist auch ein bisschen akkurater und genauer. Die ist kleinteiliger geworden. Die hat mehr Steine, kleinere Steine, um mehr Details darzustellen. Die ist großteiliger und deswegen haben wir hier trotzdem bei kleineren Preis fast, also mehr Gewicht sogar als bei der neuen. Steine sind hier an sich im Schnitt größer. Darunter steht das ganze Geheimnis, warum der Preis dann am Ende auch so schwankt. Beziehungsweise, warum erst mit dem Gewichtspreis deutlich wird, dass die tatsächlich günstiger ist und hier eine Preissteigerung, eine deutliche, dann irgendwo auch vorliegt. Wir fangen mit der alten an. Ich drehe sie einmal, damit ihr alles hier schön sehen könnt. Ich hoffe, ich vergesse gleich keine Funktion. Also es sieht so aus. Das sind alles Aufkleber. Also wir haben eine Menge Aufkleber. Die Scheibe hier vorne ist ein Druck. Alles andere, ich muss kurz mal gucken, weil ich sie nicht aufgebracht habe. Die Aufkleber waren schon drauf. Genau, und das hier hinten ist auch ein Druck. Ja, genau. Alles andere sind glaube ich Aufkleber. Keine Gewähr für hundertprozentige Richtigkeit. Ansonsten scheinen aber alles aufkleber zu sein. Wir werden es gleich herausfinden. Also, die sieht so aus. Ich drehe sie nochmal. Wie gesagt, hier vorne leider ein bisschen offen. Hat aber auch gleich noch einen kleineren Sinn. Naja, an der Stelle eigentlich nicht. Und hier. Größter und wichtigster Unterschied für mich gleich optisch, die Triebwerksfarbe. Bei der neuen ist sie blau, bei der alten ist sie gelb. Gelb ist die richtige Farbe. Aber da ist die neue leider ein bisschen kreativ geworden. Ja. Im Designprozess. Und so sieht das aus. In der alten haben wir weniger Farbcodierung. Die Farben sind entspannter als in der neuen. Spielfunktion. Ich habe hier so einen Hebel. Den kann ich drücken. Dann öffnet sich oder ziehen. Genau, ziehen war es. Und eine Luke. Und dann klappt das halt auf. So sieht es hier aus. Das ist schon mal eine nette, coole Funktion. Ich kann auch noch hier vorne die Kanone drehen. Wobei das bei der neuen Cooler gelöst ist. Was kann ich noch machen? Natürlich kann ich das hier vorne aufklappen. Ich kann das aufklappen. Ja. Das geht alles. Ich kann natürlich auch. Natürlich ist es vielleicht nicht, aber es geht. Komm her. Das hier rausziehen, um Figuren platzieren zu können. Das ist hinten mit so einem Element befestigt. Und dann über das Sieg klemmen. Das wird hier reingeklemmt. So. Und dann komme ich auch überall dran. Und kann jede Figur wirklich auch reinsetzen, die ich da reinsetzen möchte. Genau. Ich habe hier oben einen Drehturm. Das ist cool. Das hat die neue zum Beispiel nicht. Da ist es starr. Da hat die neue halt hier vorne die bessere Funktion. Na ja. Man kann nicht alles haben. So ein Turm. Den kann ich in einem so rausnehmen. Hier eine Figur platzieren. Mehr ist da drin. Nicht nur dieser Schacht für den Drehturm. Setze ich wieder drauf. Ich habe also keinen Innenraum in diesem Set. Aber dafür diesen Drehen in den Turm. Und was ich cool finde, ich kann hier vorne was hochklappen. Dann habe ich hier einmal so einen Munitionshalter für die Geschosse. Das ist nett. Und auf der anderen Seite habe ich nochmal hier vorne einen Halter. Einmal für den Blas und einmal für das Lichtschwert vom Ezra. Aber ja. Auch das ist cool, dass man so eine Sache irgendwo verstauen kann. So etwas gefällt mir immer sehr gut. So. Jetzt muss ich kurz überdenken. Habe ich hier noch mehr Funktionen an dem Teil? Ne. Ich glaube mehr habe ich an sich nicht. Ich hoffe ich habe keine vergessen. Oh je. Aber natürlich kann ich hinten die Phantom hier rausnehmen. Dann sieht die erstmal so aus. Was ich dann machen kann und muss. Die Flügel ausklappen. Und dann geht es hier ab. Ja. Ich habe Rebels nie komplett gesehen. Ich hole jetzt so ein bisschen nach. Daher weiß ich nicht, ob das eine Funktion ist, die es wirklich gab. Oder ob das nur so gemacht wurde, damit ich es bauen kann. Könnt ihr mir ja sagen. So. Ja. Okay. Da kommt ein Punkt zum Tragen bei gebrauchtem Lego. Dazu sage ich gleich nochmal was. Mir ist gerade was abgefallen. Das hier vorne ist ein Aufkleber. Der Cockpit sieht so aus. Wird auch reingelegt. Auch heutzutage wird die Figur da reingelegt. Tatsächlich gar keine neue Geschichte. Was ich eigentlich dachte, als ich das gebaut habe. Jo. Und sogar das auf dem Slope hier ist leider ein Aufkleber damals. Hier oben auch immer so ein Shooter drauf. Gar nicht groß verkleidet. Nur raufgesetzt. Oben eine Fliese drauf und fertig. Naja. Und ja. Cool ist aber, dass ich hier eine Tür habe. Theoretisch. Um eben zu der Phantom zu kommen. Also einen logischen Durchgang da hinten. Ja. Hier ist ein Aufkleber unten drin. Was mir jetzt nicht gefällt, weil ich dieses Set hier einzeln kaufe. Ohne die Phantom sieht das doof aus. Klar ist die Strategie dahinter, das zweite Set auch noch zu verkaufen. Mir persönlich gefällt es wirklich besser, wenn das schon mit dabei ist. Der Sammelreiz und der Kaufreiz ist höher, wenn das extra zu kaufen ist. Jo. Das ist richtig. Aber so gefällt es mir einfach nicht. Ich finde es schöner, dass es gleich zusammen in einem Set ist. Aber das ist absolut Geschmackssache. Was mir allerdings wirklich nicht gefällt, optisch an der alten Ghost, ist, dass ich die negativen Noppen da oben sehe. Klar, es geht nicht anders, wenn ich das hochklappe. Aber es ist optisch für mich so ein bisschen, wo ich sage, hm, die Daumen gefällt mir an der Stelle einfach ein bisschen weniger als die neue. So. Ganz kurz mal, bevor ich euch die neue jetzt im Detail zeige. Ausblick auf, also eine Einschätzung zum gebrauchten Lego. Bei dem hier war es so, dass die Klemmkraft teilweise extrem schlecht war. Die hat über die Jahre dermaßen gelitten. Ich weiß nicht worum und ich weiß auch noch nicht woran es liegt. Vielleicht wisst ihr es ja. Entweder waren die Steine dauerhaft zusammengedrückt und haben deswegen an Klemmkraft verloren. Oder sie wurden immer wieder verbaut und haben deswegen an Klemmkraft verloren. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Auf jeden Fall war das hier wirklich ein Thema. Einige Sachen ist einfach so wieder abgefallen. Richtig krass. Zehn Jahre altes Lego hat so eine massiven Klemmkraft Probleme. Huh. Ich weiß nicht. Also aus meiner Kindheit kenne ich das nicht. Aber ich meine, vielleicht ist es mir auch einfach nicht aufgefallen, weil ich dann rausgewachsen bin. Und dann haben wir es wieder verkauft, das Lego oder weggegeben. Ich weiß nicht, ob es schon immer so war. Das wollte ich nur mal erwähnt haben bei dem Set auf jeden Fall. Hier in dem Fall war die Klemmkraft teilweise echt wow. Wirklich nicht gut. So. Jetzt nochmal ein Blick auf die neue Ghost, damit ihr einmal den Vergleich habt. Die sieht jetzt so aus. Ich finde halt, wie gesagt, die Verkleidung hier außen schöner gestaltet, schicker gemacht. Die Triebwerksfarbe passt leider nicht. Und so sieht sie aus. An sich fühlt sie sich auch stabiler und weniger wackelig an. Hier habe ich überall so ein bisschen fimselig. Das hier ist schon relativ stabil. Was habe ich hier für Funktionen? Ich kann zum einen, das ist ganz nett, das habe ich natürlich schön falsch gebaut. Ich fange mal mit was anderem an. Ich kann das hier vorne auch abziehen. So. Um auch hier Figuren reinzusetzen. Ich kann es aber auch aufklappen natürlich. Und dann komme ich auch an alle Sitze dran. Genauso wie bei der alten. Also eine ähnliche Funktion. Das kann ich auch wieder einsetzen. Was mir bei der neuen besser gefällt, ist die Kanone hier vorne. Ich habe hier so einen Liftarm unten drunter. Und dann kann die Kanone sich hier automatisch drehen. Und hier sind diese Shooter angebaut, wo die gleiche Munition wie bei der alten verschossen wird. Und wenn ich dann die Shooter lade und dann hier dran ziehe, schießen die Shooter quasi raus, während sich die Kanone vorne dreht. Weil die hinten über die Bricks ausgelöst werden. Drücken dann gegen den Hebel hinten. Das ist ziemlich cool. Und das ist eine coolere Spielfunktion. Da kann ich so rumdüsen, dran ziehen und so ein bisschen schießen. Wobei das für ein Kind schwer zu handeln ist. Aber die alte auch schon. Also es ist sehr unförmig und ich habe nicht wirklich richtig Griff. Ich brauche meistens beide Hände dafür. Aber die Funktion finde ich besser. Dafür habe ich hier oben keinen drehbaren Turm. Der ist starr. Ich kann das hier nur aufklappen und dann da unten reinschauen. Was ich hier aber habe, ist ein Innenraum. Ich kann das Dach hier quasi abnehmen. Ich stelle mal eben die Phantom beiseite. Und dann habe ich hier sowas wie einen Innenraum. Da ist nicht so viel los. Ich habe zwei Jumperplats, wo ich Chopper platzieren kann. Und hier auf der Seite einen bedruckten Slope da oben. Dort, vielleicht seht ihr das ein bisschen. Und auf der anderen Seite habe ich so ein paar Details. Also wirklich wenige. Aber es sind welche. So eine Art Wasserhahn, so ein Waschbecken. Ich weiß gar nicht. Hier hinten da. Und hier in dieser Kiste mit der Sandblue Fliese um drauf sind noch so ein paar Kleinigkeiten mit drin. Also ich habe einen Innenraum. Den habe ich bei der alten nicht. Das finde ich cool. Das hat mir gefallen. Und ich kann hier auch Luke an der Seite aufklappen, wo die Figuren dann ein- und aussteigen können. Ein bisschen doof ist hier die Farbcodierung, dass dort der rote Rahmen ist. Und auch von innen hier eine gelbe Fliese vorgesetzt worden ist. Ja, das ist nett. Das ist mehr Funktionalität als die alte hatte. Was ich dafür auch nicht habe, tatsächlich. Keine Stauffächer, die ich hochklappen könnte, um Munition oder Kleinigkeiten hier in dem Fall dort zu verstecken. Alles Gutes nie beisammen. Es ist etwas anders designt. Fokus liegt hier auf andere Sachen. Aber der Fokus gefällt mir. Denn dieses Set hat mir wirklich Spaß gemacht. Und kommen wir nochmal zur kleinen Phantom 2 in dem Fall. Die sieht einfach so aus. Hat hier hinten auch so ein kleines Staufach. Wo ich einen Blaster jetzt drin habe und ein Fernglas zum Beispiel. Also auch ein kleines Fach hier mit dabei. Und trennen kann ich die nicht genau. Ich kann das hier vorne einmal so aufklappen. Figuren kann es hier rein platzieren. Und das ist es. Und die ist direkt gleich mit dabei. Wie gesagt, es ist kein extra Set und kann hier hinten drauf platziert werden. Übrigens, das hier vorne ist auch bedruckt. Gut, hatte ich das gerade gesagt. Ich bin mir da gar nicht so sicher. So, dann komme ich mal zu dem Fazit hier. Zu den beiden. Welches hat mir denn nun besser gefallen? Und was würde ich sagen, wer braucht die Neue, wer schon die Alte hat? Oder braucht jemand die Neue, wer die Alte hat? Oder braucht man beide? Oder naja, das ganze Thema. Also, mein Fazit. Mir hat der Bau der Neuen mehr Spaß gemacht. Warum? Das habe ich eingangs schon erwähnt und im Video auch schon gesagt. Ich finde die Details schöner. Es sind mehr Details dran. Ich habe andere Bautechniken. Für mich gefühlt modernere Bautechniken, die mir mehr Freude bereitet haben. Und am Ende gefällt mir das Gesamtset deswegen auch besser. Weil ich einen Innenraum habe, den ich hier nicht habe. Ich glaube, der war mit den Bautechniken nicht zu realisieren. Oder wollten sie nicht. Ich weiß nicht genau. Also, der Bau hat mir hier mehr Spaß gemacht. Ich habe ein paar mehr raffinierte Funktionen, wie die Kanonen hier vorne mit drin. Hier dieser Drehtum ist sehr simpel gebaut. Nur so reingestellt. Das ist eine coole Idee. Aber es ist halt simpel. Also, mir hat der Bau der Neuen mehr Spaß gemacht. Auch die Optik gefällt mir besser. Ich finde diese Phantom 2 schöner als die alte Phantom. Vor allem wegen der Negativ-Noppen, die ich hier oben sehe. Und ansonsten sind sie aber optisch sehr ähnlich. Sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich glaube daher, wer die alte Ghost hat, braucht die Neue nicht zwingend, wenn er nicht unbedingt die Figuren haben möchte. Also, die sind nicht so weit aus. Natürlich habe ich hier eine andere Phantom mit dabei. Ich würde aber sagen, wer die alte hat, ist damit wirklich echt gut bedient. Nur fürs Bauerlebnis nochmal die hier zu kaufen, müsste jeder für sich selbst entscheiden. Aber so meine Einschätzung, wer die alte hat, braucht die Neue nicht. Und wer die Neue sich jetzt kauft, muss sich nicht für teuer Geld die alte beschaffen. Weil die ist auf dem 2. Mark mittlerweile extrem teuer. Wer die Neue hat, ist auch wirklich damit gut bedient und braucht die nicht noch. Da verpasst man dann wirklich nichts. Was natürlich entscheidend sein könnte, sind die Figuren. Ich habe hier einfach bei der alten Figur dabei aus Rebels, die es bei der Neue nicht gibt, weil es eben um Ahsoka geht. Vielleicht bekommen wir bei Ahsoka auch noch eine Azeroth-Figur. Aber man weiß es nicht genau, wie die Serie weitergeht. Kann ich dir sagen, einen Kanon wird es wahrscheinlich eher nicht geben. Also, wem es nur um die Figuren geht, sollte die aber vielleicht separat sich beschaffen und nicht unbedingt noch die Ghost anschaffen. Weil ich, wie gesagt, preislich exorbitant. Und die Klemmkraft bei mir war halt wirklich mies jetzt nach den 10 Jahren. Von daher ist die Frage, ob man dann damit zufrieden ist, wenn man dann so viel Geld ausgibt und dann vielleicht auch Klemmkraft bekommt, die nicht so cool ist. Vielleicht hat man Glück und die Steine wurden wieder schnell auseinander gebaut und in Tüten verpackt und lagen dann so rum jahrelang. Da ist die Klemmkraft wahrscheinlich auch top. Aber Risiko besteht halt, dass man da leider so ein bisschen daneben greift. Und natürlich interessiert mich jetzt und den Jungs von Lucky Bricks brennend, wie ihr das seht. Welche gefällt euch besser? Was sagt ihr zu der Preisentwicklung? Wie schätzt ihr das ein? Da bin vor allem ich sehr gespannt drauf. Achso. Und wenn ihr hinschreibt, welche euch besser gefällt, dann gerne auch dazu schreiben, warum sie euch denn besser gefällt. Das ist es für heute gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Ich hatte Spaß beim Bau von den Beinen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns bestimmt ganz bald in einem Video wieder. Wo auch immer, entweder hier oder auf meinem eigenen Kanal. Und bis dahin, wie immer, alles Gute und Tschüss hier aus eurem Legolan des Vertrauens.